Hallo und grüß Gott meine Dreamers, hier ist ein Inden-Final-Part von unserem Halloween-Es-Play. Ich bin mega gehypt. Ich habe jetzt nochmal das Kostüm gewechselt und würde sagen, los geht's. Wir quatschen gar nicht mehr lang. Ich würde es zu Ende bringen. Ich würde es zu Ende bringen. Ich habe es nicht zu Ende bringen. Ich habe es gehört, meine Kinder und meine Kostümler sind nicht einfach. Ich habe es schon mit 60 Jahren, was ich. Ich bin mega großartig. Eine ganz-Mitle-Kinder-Kinder-Kinder-Kinder-Kinder. Ich habe es schon so viele Dinge von 50 Jahren an. Ich habe es nur mit dem Schiffen-Kinder-Kinder-Kinder-Kinder-Kinder-Kinder-Kinder-Kinder-Kinder-Kinder-Kinder-Kinder. Das ist ein bisschen anders. Das ist ein bisschen anders. Das ist ein bisschen anders. Ich dachte, ich habe es nicht verstanden. Es ist ein bisschen anders. Was ist das? Das ist ein bisschen verrückt. Ich habe es sehr überrascht. Du hast es überrascht. Was hast du das? Das ist ein Mann! Das ist ein Wander! Das ist ein Wander! Das stimmt! Hier steht Piero? Nein, aber es ist nicht so ein Mensch. Sie haben sich mit uns bewegen. Sie sehen, wie sie sind. Das stimmt. Das ist ein Geist des Geist des Geistes. Das stimmt! Wenn man das auf die Welt verwendet hat, dann kann man das nicht sehen. Das stimmt. Oder ist das ein Ding? Ich kann nur sagen, wie es das hier aussieht. Aber ich hatte einen guten Tag, was ich mit dir. Ich habe einen Moment, der ich mir gerne, dass er mit den ganzen Tag gemacht hat. Und ich habe das Gefühl, dass ich mir nicht so gut finden. Ich habe den Tag, den Tag, den Tag, und ich gehe mit dir an. Aber ich kann es nicht so gut finden. Ich habe mich nicht nur überlegt, wie ich es in der Tat. Was ist das? Ich kann es nicht so gut sehen. Ach so, Agumann? Tuckma... Tuckma, wo ist Tuckma? Agumann! Ich habe es nicht so gut. Tuckma, Tuckma ist auch nicht so gut. Ich habe es nicht so gut. Aber ich habe es nicht so gut. Ich kann es nicht so gut. Ich muss alle, Tuckma. Ja, Tuckma. Ich werde alle, Tuckma. Ich habe es nicht so gut. Es ist auch nicht so gut. Ich habe es nicht so gut. Tuckma. Es ist ein Schaden. Ich habe es nicht so gut. Wer ist? Wer ist da? Das ist Tuckma? Oh, Taku-ma-kun und Agumon. Miyuki und Professor! Gabumon! Ich glaube, es ist kein Problem. Schön. Schön, Renamon. Wir waren mit Taku-ma-san. Miyuki hat ein großes Ei in der Hand. Das muss Renamon sein. Oh! Wo ist das? Wo sind wir? Wo sind wir jetzt? Hier ist ein Hochschild. Hier ist ein Schild. Hier gibt es ein Schild. Es gibt auch ein Schild. Das heißt, das ist das, das ist das, was wir mit der alten Welt zu öffnen. Taku-ma-san ist hier einmal gekommen, bevor wir in der alten Welt zurückkommen. Entschuldigung... O... derzeit? Wie war es? Aber es war damals so vieles... Das war damals im Schild? Das war damals ist, wir waren die Hände. Das war damals. Mein Schild. Derzeit war dabei die Hände. Das war die Hände. Das war die Hände. Wie war damals im Schild. weil wir es wiederum das innehren. Die Hände hat sich nicht beschwertet. Ich habe das Gefühl, dass wir uns nicht zusammenhängen, und nur ein paar Mal zu essen. Deswegen müssen wir uns schnell suchen. Fuhuhuhu. Herr Professor? Ich habe mich überrascht. Ich habe mich daran gedacht. 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 Ich habe mich nicht daran gedacht. Ich habe das heiß, Haru. Ich habe das immer für ein Birei. Ich habe mich gefragt, wie es ihm an seine Frau ist. Ich habe das lange nicht mehr als andere. Oh, ich habe das nicht so geholfen. Ich habe schon gesagt, dass du immer wieder gesagt hast. Ich habe auch schon gesagt, dass ich 50 Jahre so gesagt habe. Oh, meine Frau... Hey, Haru, wenn es das終了 ist, was das passiert ist? Wenn du in die Welt gekommen bist... ...dass du dein Leben, dein Vater, deine Mutter... ...dass du auch... ...dass du auch... Oh, aber ich weiß, dass die TV großartig ist. Ah, das ist gut. Ich spreche nichts. Ich werde immer noch ein paar Stunden. Bitte. Und dann... ...dass du das, wenn du wieder zurück bist... ...dass du auch diese Frau mit dir. Denn diese Frau war immer bei mir. Ich habe noch einen Schiff gesehen. Schiff? Hennamon? Ja. Ich bin mein Partner, also ich bin mein Partner. Ja, Hennamon? Partner? Ah, das stimmt. Ich gehe nach Hause und drei Leute zusammen. Aber Truth. Ich gehe nach meinem Namen. Ich gehe nach Hause und meine Männer. Ich gehe nach Hause und meine Schiff. Ich gehe nach Hause. Ich gehe in den Augen. Ich gehe nach Hause und die Hunde. Es ist ein Schuss. Ich bin Angst. 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 Woher ist sie? Ah! Der Wann ist jetzt? Herr, runter! Gabemon! 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 Nein! Moment! Das ist... Hilfe... Haru... Mutter... Vater... Woher? 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 Ist das hier? Was das? Wir sind das? Woher? Wie, warum? Doko... Entschuldigung... Entschuldigung... Ich habe mich nicht geholfen... Entschuldigung... Ich habe... nichts zu tun... Geh dir vor... Das klingt ja schrecklich... ... Mann... Danke... Das ist einfach... Dass ich mich nicht... Ich bin Angst, gleich... Es wird schnell... Wenn ich mich oben hast... Wenn ich... Hilfe... Das war's für heute. Halt! Ich muss ihn verm Thermos rausnehmen. Versuche mehr herauszufinden. Ist das noch ein Kensoku? Des Meisters oder irgendwas anderes? Wenn wir einfach drauf los schlagen, bereuen wir es vielleicht hinterher. Taku-Man! Was bist du da? Komm' ich jetzt mit der Zeit her! Was ist das denn? G-g-gü-mein! Jetzt geht's! Warte! 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 Ich bin echt alt! M-warte! Und dich quadrantlos! ... Das perdcules sehr. U commissions. Dasсп�チ! Ich bin ziemlich gut. Mittlerweile. Wir müssen sie deceive. Ich bin schon hier für dich, um dich zu helfen... Ich bin jetzt... ...und nicht nur nur ein. Ich bin schon gleich ein... Es ist schon ein... Ich bin schon ein... Ja, das ist auch ein... Ich bin auch der Frau, und bin auch hier. Ich bin auch hier bei mir zu, und habe mich mit dir gesagt. Ich bin auch bei mir auch bei meiner Frau, so ich bin mir bei mir bei mir. Ich bin jetzt nicht so, dass ich mich nicht so auswählen habe. Kann ich mich nicht so auswählen? Ich bin so. Oh? Oh! Oh! Oh... ...Denoha... Klöpfelgänger, ich weine nicht mehr. Miyuki und der Professor haben sich wohl überwunden. Das ist echt toll. Miyuki ist wirklich was besonderes. Oh... Niyuki, danke. Du hast dich geholfen, hat mich geholfen. Naaman, bitte wiederkommen. Das war's für heute. Nun gibt es nur noch mehr an den Kampf. Let's hecko. Das war's für mich. Ich habe mich schon nicht verletzt. Aber das ist mir schon mal ein paar Tage. Ich habe noch nicht verletzt. Das ist mir schon was. Ich habe mich schon nicht verletzt. Ich habe mich schon nicht verletzt. Ich habe mich schon nicht verletzt. Ja, Enamon... Ich habe mich immer noch geholfen. Ich habe mich für dich geholfen. Enamon... Ich kann nicht sagen, dass ich nicht so viele Dinge brauche. Wir sind zusammen. Wir sind zusammen. Wir sind zusammen. Wir sind... Wir sind unsere Partner. ...Miyuki... Ah, das stimmt. Ich bin die Partner. Ich will mich immer noch für dich. Ja, bitte. Ich will mich. Ich will mich. Ich will mich. Ich fühle mich mit Miyuki. Ich fühle mich. Ich fühle mich. Ich fühle mich. Ich hoffe, ich fühle mich. Oha Inter순, ich fühle mich an. Einatmen. Ich war היה auf dem 5,0 Kreis. 12v Duke. rampgestellt. Das war's für mich. Ich habe die力. Miyuki, ich werde dich retten. Und ich werde dich retten. Ja, ich werde dich retten mit uns. Die Kämpfe in dieser Zeit sind ziemlich... Na ja, wenn man unterbrochen werden kann, zur Sequenz nimm dir ein bisschen den Flow raus. Ich weiß nicht, ob ich so der Fan davon bin. Ich bin so großartig. Ich bin so großartig. Ich bin so großartig. Ich bin so großartig. Das ist ... Das ist okay. Obwohl sich die姿 und die Veränderung verändert hat, ist es der Früh. Ich werde auch die Runde zurückkommen. Ich werde die Runde zurückkommen. Ich werde die Runde zurückkommen. Ich werde die Runde zurückkommen. Vielleicht, ich war sehr schwer, und mir war Angst. Aber wir können wiederfinden, dass ich wieder einmal ausgesprochen werde. Ich werde in diesem Fall wiederum werden. Ich werde jetzt wahrscheinlich sehr schwer. Ich werde jetzt sehr viel Spaß haben. Ich werde die Runde zurückkommen. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Meine Frau hat mir geholfen. Das war's für mich. Denn ich habe keine Angst. Ich habe keine Ausbildung. Ah, das stimmt. Das war's für mich. Das war's für mich. Wenn ich mich überraschend bin, dann würde ich nur sagen, was ich zu sagen. ...Garulmon? Haru, du hast du sicher, dass du weg bist. Aber das war die Mewiki. Die Mewiki, du hast du mit uns, und du hast du命. Untertitelung des ZDF, 2017 Ich habe viele Erfahrungen bekommen. Ich werde mich jetzt auch behalten. Ich werde das ganze Leben anbieten. Ich werde das ganze Leben anbieten. Oh! Oh! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, don't watch this mit der Macht von Omegamon. Jetzt wird man dort schon ein bisschen was bewegen können. Was haben Sie? Das ist mein Herz. Das war die Herz. Die Herz. Das ist das Herz. Das ist die Herz. Das ist das Herz. Es ist ein Mensch aus dem Zeitpunkt. Das ist ein Mensch. Ich habe noch nicht gewusst, dass es ein Mensch gibt. Das heißt... Es ist ein Mensch, dass die anderen, dass sie sich in der Welt verletzten. Ja, ich denke... Ich habe mich, weil Mewiki war, aber alle sind... Ja, lass uns zurück. Scheiß auf den Freien kommt, wir gehen Story weiter, ich will das jetzt durchballern. Ich glaube, das war Minoru. Naja, entweder er oder sein Schatten. Fatimono, ich komme. Ich werde nämlich kochen, dass ich nie mehr... Ah, nein, aufhören, bitte aufhören. Ich kann nichts richtig, ich bin zu nichts Nutzer, ein totaler Versager. Ah, auf, damit. Minoru, versuch dich zu konzentrieren. Ich kann niemanden beschützen, nicht mal mich selbst. Ich habe weder hohes Mut, noch Takuma-Stärke oder sonst irgendwas. Ich bin kein Held und ich werde niemals einer sein. Ich glaube, sag das nicht, bitte nicht. Ich weiß, dass alles okay ist. Minoru. Ich bin nutzlos, ein totaler Versager, nicht gut im Sport, in der Schule oder irgendwie. Ich bin dreck, deswegen tue ich immer so unterdrücklich, um es zu übertrauchen. Ich lache in Dunkelheit, den Schach zu halten und weiterzumachen, obwohl ich so bin. Ich dachte, wenn ich eine schöne Fassade aufrechterhalte, würde mir jemand helfen. Die anderen sind toll, mit anderen kann ich mich mithalten, ich bin der einzige Versager. Es stimmt, Takuma-Dori sind toll, so verlässlich und tapfer. Willst du was Lustiges hören? Ich wollte immer ein Held sein, wie im Fernsehen. Aber ich habe versagt. Takuma, Aoi und die anderen, das sind wahre Helden. Warum musste sich alles so entwickeln? Ich wollte niemals so sein. Takuma, Aoi, es tut mir leid, ich verdiene es nicht, euer Freund zu sein. Minoru. Wirst dich. Das stimmt nicht. Takuma. Minoru, ich bin stolz darauf, dein Freund zu sein. Das istReck. Servuation und Sprache. Wer пишet ihr открыв? Komm her ¿verkleid, ich bin evner depressur, tut ihr planningrat. Komm, komm her! Komm, 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 komm! Komm. tier 3 Ich bin unverg grassroots-löser Ja, wie kann ich? Ach N numbers Ach N seh Ich mache immer alles falsch, ich werde nie ein Held sein. Stimmt, nie mache ich etwas richtig. Bestimmt halte ich die anderen nur auf. Aber trotzdem kann ich eine Sache besser als alle anderen. Es gibt etwas, das ich am besten kann. Ich bin fröhlich, optimistisch und eine echte Stimmungskanone. Und im Gegensatz zu einem miesepietrigen Trottel mit dir, kann ich für richtig gute Laune sorgen. Nein, das ist eine Lüge. Gut gesagt, Minunu, da hast du vollkommen recht. In deiner Beherzzeit liegt eine wahre Stärke. Ja, genau. Gut gesagt, Minunu, da hast du vollkommen recht. Ich bin so großartig, aber ich bin so großartig. Gut, ich bin hier. Gut, ich bin hier. Gut, ich bin hier. Ich bin hier. Wir haben alles zu schützen. Ich bin hier. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich werde mich nicht verletzen. Ich werde mich nicht verletzen. Ich habe mich nicht verletzelt. diese ferner ich mit meinem ängsten anzugreifen dafür wird dieser meister büßen ja erzahlen wir ihm alle eine lektion und mino er sagt genug was mich betrifft du bist ein held auf eine wunderbare freundschaft die noch lange nicht zu ende ist da gemacht da guck mal hast du was gehört ist das wieder in den schatten das ist zu viel das ist alles zu viel ich will nie dass sie mich gerne hassen saki und saki ich schon in einem tag immer wenn ihre schatten hier sind wenn er und saki auch nicht zu weit sein ja wir sollten uns umsinn zu viel das ist alles zu viel für mich bitte hasse mich nicht was sind das für dinger imitation von uns das gefällt mir nicht wir sollten weglaufen ich wünschte sie würden es nicht auf mich ab ich habe mich verlassen aber vertrauen mir alles so sehr ich gut so was eigentlich bin ich total ungeholfen und schütteln wie mir drehen bin ich ein feigling ich tue in das holz werde ich stark weil ich nicht will dass sie mich hassen bitte hasst mich nicht jetzt reicht es bitte aufhören du musst damit aufhören du musst damit aufhören ich werde sie retten ja gehen wir aufhören ich werde sie retten ich werde sie retten ich werde sie retten ja gehen wir ich sage ich alles in ordnung so dann nehmen wir mal den kommt und dann würde ich sagen dann werde ich wahrscheinlich eine kurze snackpause einliegen ein bisschen was zu abend beziehungsweise mittagessen es kann irgendwo zwischen zwischen abend und mittag deswegen weiß ich nicht genau was es wird wahrscheinlich eher abend essen als mittagessen wenn der part vorbei ist und die kocht hat aber ja sehen wir schon ja das heißt für uns omnimon zeit omegamon omegamon er wird alle werdet ihr ob auch wo ich bitte ich habe Angst ich fühle mich unsicher ich komme nicht damit klar dass mir er traut ja ich fühle mich unsicher ich glaube nicht dass ich führungsqualitäten habe was was aber ich bin nicht alleine meine freunde helfen mir und gemeinsam unterstützen wir einander das ist mein führungsstil du sagst jetzt auge und vergisst nicht dass du mich dass du dich immer auf mich verlassen kannst ich verlasse mich schon ganze zeit auf dich labramon das ist mein führungsstil das ist mein führungsstil das ist mein führungsstil Viel Feier! Bitte hasst mich nicht, ich will nicht allein sein. Du hast recht, Abblendung kann meinen echt Angst machen. Saki, was redest du da? Ich bin so ein Feigel, so eine Lügner, ich hasse mich. Nein, daierst du dich. Ich könnte mich niemals hassen. Wie soll mich jemand anderes mögen, wenn ich es nicht tue? Außerdem habe ich gelernt, darum Angst vorzuhaben, mich gemocht zu werden. Weil ich weiß, dass meine Freunde echt für mich da sind. Das gefällt mir schon besser. Du bist ein guter Mensch, Saki, und alle mögen dich. Danke, Floromon. Das war's. Ich werde mich nicht warten. Ich werde mich nicht schwachen. Ich werde mich nicht unterstützen. Es gibt mich diese Ursache. Du bist der Grund? Wichtig ist das für mich. Es gibt nur meine Speed. Es gibt keinen W はい. Untertitelung des ZDF, 2020 So, hol dann einmal Blossom und nochmal hoch und wird jetzt ein bisschen ein längerer Part heute, aber wir sind kurz vorm Finale. Hier ist die Showcase, oder? den feier so aber an dieser stelle meine lieben dreamies beende ich den part es ist so knapp vor halloween ich wünsche euch einen wunder wunderschönen restlichen oktober ein restliches gruseln und halloween zeit was sogar leichter ab und jetzt den kanal und aktiviert die glocke um keine zukünftigen let's play zu verpassen ansonsten wünsche ich einen wunderschönen tag und man sieht sie im nächsten video wieder